Der RealBlue TWS2 ist der technisch und akustisch nochmals optimierte Nachfolger des RealBlue TWS. Der kabellose In-Ear-Kopfhörer überzeugt auf Reisen oder im Büro mit digitalem, hybridem Active Noise Cancelling, kurz ANC, für eine effiziente Geräuschunterdrückung sowie einen zuschaltbaren Transparenzmodus, um ohne die Kopfhörer abzunehmen, Außengeräusche bei Bedarf real zu hören. Damit sorgt dieser Modus für mehr Komfort und Sicherheit, vor allem unterwegs. Hochbelastbare Linear-HD-Treiber mit großem 12mm-Membran bieten akustisch einen extra weiten Frequenzgang. Freu dich auf präzise Höhen, warme Mitten und ein starkes Bassfundament bis zu 10 Hertz. Die smarte Touch-Bedienung für alle wesentlichen Funktionen der Kopfhörer, zum Beispiel die Lautstärke-Regelung, machen das Benutzen sehr komfortabel. Die IPX3-Zertifizierung schützt euch zum Beispiel beim Joggen im Regen. Somit ist der Rearblue TWS2 auch bestens für den Sport geeignet. Spezielle, gleich in 5 Größen mitgelieferte Mushroom-Ear-Tipps ermöglichen einen individuellen, anpassbaren, komfortablen Sitz. Durch ihre pilzartige Passform wird ein versehentliches Herausgleiten vermieden, auch wenn du sie lange trägst und dich viel bewegst. Die Akkus der beiden Kopfhörer halten einmal folgeladen über 8 Stunden und bieten durch automatisches Aufladen direkt im Ladecase eine Gesamtspieldauer von bis zu 25 Stunden. Ausgestattet mit aktuellem Bluetooth 5.2 sowie dem AAC-Codec bietet der Rearblue TWS2 beste Voraussetzungen fürs Musikstreaming über Spotify, Amazon Music, Apple Music und Co. in CD-ähnlicher Qualität. Der smarte Kopfhörer ist dank integrierter Mikrofone auch geeignet als Headset für Telefonate, Videokonferenzen über Teams oder Skype. Der Rearblue TWS2 ist in verschiedenen Farbvarianten zu haben und kompatibel mit der Teufel-Headphones-App, über die du weitere Klang- und Einstellungsmöglichkeiten wie einen Equalizer hast. Und wenn dich der neue Rearblue TWS2 interessiert, schau doch gerne mal in unserem Webshop vorbei oder besuch uns in unseren Stores. Diese findest du auf teufel.de slash shops.